so hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem neuen mbk trifft und heute habe ich hier simsalabim den liuhung aus china der inhaber von bordermodel hat sich bereit erklärt uns hier ein paar fragen zu beantworten und ihr seht hat auch was ganz ganz neues mitgebracht das werdet ihr demnächst oder vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen ich weiß nicht wann das video hier online gehen kann ausgepackt sehen und wir haben freundlicherweise einen übersetzer mit an bord das heißt ich stelle die fragen auf deutsch es wird ins chinesische übersetzt und noch mal wieder zurück ist ein bisschen authentischer und tatsächlich etwas einfacher als die kommunikation auf englisch so leo herzlich willkommen schön dass du hier bist wie bist du zum modell wo gekommen was war deine deine erste berührungspunkt mit modell wo ich bin selber eine liebe habe von diesem modell und dann habe ich angefangen zu produzieren ja wann wann war das erste mal als als kind oder als jugendlicher wo hat er das erste mal ein modellbausatz selber gebaut oder gesehen oder wann hat es ihn das erste mal interessiert wie ist das erste mal der war dass du gebaut hast von welcher firma und dann habe ich mich noch erinnern was das erste modell war dass du gebaut hast von welcher firma und dann habe ich mich noch oder was das war diese die hat die der zielten jünger wo angoode die geäußert die geäußert eine stelle aus russland aus russland dieser moderne zerstörer ja okay ja interessant und wie ist es danach weitergegangen wann hast du gesagt jetzt möchte ich meine eigene modelle herstellen wann war das was war der auslöser dafür sie什么时候你开始要决心要自己造模型有什么一个发生的什么特别让 你下定这个决心因为我我最开始的时候自己的公司是做一些个 就模型相关的工具就是制作模型的工具嘛然后我觉得想要把这个公司做的 更大做的更好然后就必须得做模型套件的这些产品所以我就 当时就下定决心做了下定决心的事情就一直往下做 ok 因为他最早的 他在这些公司做模型的工具就没有做的工具就是北架 做模型的工具就是比如说字幕 Also das ist das, was jetzt auch noch im Programm ist. Wichtige Frage, wie bist du auf den Namen Border Model gekommen? Wie? Wie wird das so gut auf den Namen Bordermodell gekommen sein? Ah, weil ich zwei Bordermodellen habe, zwei Bordermodellen, zwei Hunde. Ah, Bordermodellen. Genau, das ist der Name. Ein Hundel lieber. Ja, sehr schön. Ja, jetzt hast du ja schon Panzer, Schiffe, Flugzeuge rausgebracht. Wie ist so dein Plan für die Zukunft? Wo möchtest du mit der Firma hin? Du hast jetzt schon viele Tanker, Flugzeuge,各种車両. Was sollst du jetzt noch ein paar Sachen machen? Ein paar, die Truppen der Truppen werden sehr schnell aufgelistet. Das ist 1,350 Meter. Das ist ein Plan, das Schiff. 1,2,350 Meter. Okay. Und auch ein paar科幻类的產品. Auch noch Science Fiction. Oh, okay. Also die Linien werden weiter ausgebaut. Genau. Ist 3D Druck für dich ein Thema für weitere Modelle oder ist das noch kein Thema? Ja. Ja. das 3D-Datring zu machen. Das kann die Spieler zusammengestellt werden. Und es hat auch eine bessere效果. Meistens sind sie immer noch in Form hergestellt, aber für die, die ganz schwer herzustellen, dann macht er mit diesem 3D-Drucker. Hat er schon eingesetzt. Hat er schon eingesetzt, ja. Okay, und ist auch geplant, das zukünftig weiter auszubauen, oder bleibt das nur sehr... Das ist gut, das ist gut. Hast du deine eigene Modelle von Borla? Hast du die noch selber, oder hast du deine Mitarbeiter, die das erledigen? Ist es, du hast diese Modelle, oder ist es, deine同事 zu tun? Meine同事, und einigen獨立的工作- und設計師, wird mit uns gemeinsam machen. Also, eigentlich hat er auch eigene Mitarbeiter, aber gleichzeitig auch mit anderen Firmen, die das zusammen entwickeln. Aber er macht, er hat selber noch Zeit genug und Lust, auch selber noch Modelle zu machen, oder ist da kein... Und was ist so sein Lieblingsthema, was er selber am liebsten baut? Also, ganz ab von den Bordern, gibt es noch andere Hersteller, oder andere Bausätze, Themen, wo er sagt, das muss ich jetzt unbedingt, muss ich unbedingt bauen? Also, es gibt gute Ganz kurze Frage noch, deine Firma existiert seit wann, seit welchem Jahr? 你的公司是成立于哪一年? 2016年. 2016. Und wie groß dürfen wir uns das jetzt ungefähr vorstellen? Wie viele Mitarbeiter sind da? Wie viele Produktionsmaschinen? In welcher Größeordnung darf man wissen? Zuerst du, damals, wie viele Leute, wie viele Geräte? Am Anfang einzeln. Am Anfang einzeln? Und jetzt? Ja, jetzt einer. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das kleine Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der kleine Einblick nach Fernost hat euch gefallen. Von so einem kurzen Übersetz. Ja, danke. Danke, dass ihr heute diese Chance habt, eine kleine Bezeichnung zu machen. Damit meine Mitarbeiter zu sehen. Danke. Danke. Vielleicht hätten wir eure chinesische Kenntnisse noch ein bisschen aufpolieren können. Man weiß es ja nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert, was so ein bisschen hinter den Kulissen oder das hinter dem Namen Border Model auch tatsächlich ein Mensch steckt, der selber Modellbauer ist und der jetzt erst, ich sage mal, seit acht Jahren erst das Ganze betreibt und dann schon so schöne Modelle rausbringt. Wie gesagt, wir sehen uns sicherlich beim nächsten Interview wieder oder beim Ausgepackt von diesem schönen Ding. Das wird Christian sicherlich machen. Ich sage Tschüss, Bye-Bye und was auch immer man Tschüss sagt auf Chinesisch. Saite. Saite. Ja, vielen Dank. Tschüssi. Tschüssi. Danke. Tschüssi.